Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wer ganz gute Augen hat oder den Röntgenblick, der kann schon hier durch mein Textfeld durchgucken und sieht im Hintergrund, zack, das ist das Hintergrundbild für Rates für Zuschauer. Ich nehme das nämlich jetzt hier am Samstag früh auf, 8 Uhr 28, wir wollen gleich Rates für Zuschauer machen mit Sackjahn. Session, wie auch immer, Zäckchen, ich habe immer noch keine Ahnung, wir nennen es einfach weiterhin Sackjahn und dann ist gut, aber der neue Seeday ist auch angekündigt und deswegen möchte ich fix noch ein Infovideo machen, was ich dann aber erst nach dem Stream raushaue zur Vollständigkeit, ja, müssen auch wieder Senf abgeben und so weiter. Und Hyperbonus Teil 3 ist natürlich gestartet, ihr habt hier nochmal eine Übersicht zum Beispiel über die Rates, die aber ein bisschen unübersichtlich ist, weil da fehlt wieder irgendwas und was anderes ist wieder nicht und hier und so. Wir gehen einfach nochmal hier kurz drauf und sagen euch noch ganz kurz, auf was ihr achten könnt beim, sagen wir mal, Gala-Event, ja, beim Schwert- und Schild-Event. Also Sackjahn ist in den 5er Rates, das ist auf jeden Fall für viele jetzt das Highlight, für viele aber auch nicht, weil es ja eben nicht shiny sein kann und weil es eben jetzt auch keine nützliche, in dem Sinne nützliche Sofort-Attacke hat vom selben Typ. Alle haben sich gewünscht, dass es eine Feen Sofort-Attacke bekommt, damit es ein guter Feen-Angreifer wird, aber das haben sie bei Xeneas, ging es nicht, jetzt ging es hier bei Sackjahn auch nicht, also man kann es zwar mitnehmen, wer ein Hunderter bekommt, würde das sicherlich trotzdem erstmal pushen auf 40 mindestens. Ich würde aber erst exzessiv raiden dann, wenn es zurückkommt und auch shiny sein kann. Ab nächste Woche, ab, ich glaube Donnerstag ist das dann, ab Donnerstag müsste dann der Kollege von ihm kommen, ja, das heißt, bis dahin haben wir Zeit und wir haben eine Raid-Stunde, eine Raid-Mania damit und die neuen Pokémon sind alle am Start hier, Raffel, Schlag-Raffel, Wolli, Zwollok, ihr könnt ja mal reinschreiben, ob er schon alle gefangen hat, auch Legios, oder ob ihr die schon alle entwickelt habt, auch männlich, weiblich, lucky, alles fertig im Pokédex, ne, nach einem Tag. Gibt es bestimmt welche. Legios sollte ja auch erst in Raids kommen, wurde aus Raids jetzt wieder rausgenommen, weil es irgendeinen Fehler gab, dafür erscheint es jetzt häufiger wild. Kann man nicht entwickeln, ist einfach nur so wie es ist, trotzdem sieht es interessant aus, ich habe keine Ahnung, was das überhaupt sein soll, ich habe jetzt gedacht, das ist einfach ein Raupe, dabei sind es ganz viele kleine, komische Helme mit Augen. Dann seht ihr also nochmal Sackjan und Zama-Zender, aber Zama-Zender, wie gesagt, das ist dann erst im zweiten Teil aktiv. Bei den Galashinies ist es jetzt ganz interessant, denn ihr habt hier zum Beispiel Galamautzi und Mautzinger, kann man ja entwickeln, kommt aber erst in der zweiten Woche in die Einer Raids, als wären wir jetzt in der ersten Woche Galaporenda und Lauchzelot haben, also Galaporenda im Einer Raid, wird geradet, könnt ihr dann entwickeln. In den 3er Raids haben wir gerade Galasmokmok und wird in der zweiten Woche abgelöst von Galaflunschlik. Ihr könnt aber trotzdem jetzt schon, wenn ihr nicht raiden wollt, weil das ja getrennt ist wöchentlich, könnt ihr 7 Kilometer Eier brüten und da ist im Prinzip alles drin. Da ist jetzt schon Galamautzi drin, da ist Porenda drin, da ist Flunschlik drin, Galasmokmok ist da aber nicht drin, den müsstet ihr also raiden. Viele kriegt ja aber auch aus Feldforschungsaufgaben, deswegen müsst ihr eigentlich weder brüten noch raiden, aber Galasmokmok muss man glaube ich wirklich einfach raiden. Konnte man damals raiden, ist auch ein lustiges Pokémon, sieht auf jeden Fall genial aus, da ein Shiny ist natürlich wünschenswert. Ich werde mit den kleinen Accounts natürlich wieder die Shinies jagen, mir dann rüber tauschen, mit dem großen Account nur den 5er machen, in der Hoffnung auf einen 100er für die Sammlung. Und wer sowieso noch gar kein einziges Gala Shiny hat, der kann ruhig brüten, denn es gibt ja auch Gala Zickzacks dann in den Eiern mit drin und auch Galaponita. Also ihr habt alle aus der Gala, die ihr da kriegen könnt, auch die, die dann in den Raids kommen, sind jetzt schon in den Eiern. Dann schreibt mal rein, werdet ihr brüten, werdet ihr raiden und das, worum es heute eigentlich gehen sollte, ist der Sea Day, um den wir jetzt auch noch kurz reden wollen. Der Community Day mit, wer hätte es gedacht, Otaro. Nachdem Serpy Foy, Serpy Feucht, und Floing natürlich schon dran waren, fehlt der dritte Starter der fünften Generation, wie es hier steht. Ich kenne nur die dritte Generation. Eigentlich, ich sage immer, ich kenne nur die erste Generation, ansonsten war für mich alles komplett neu. So. Evoli, uninteressant. Otaro, wieder zurück, back to the roots, ein Starter-Pokémon. Ein Wasser-Starter, kriegt also auch wieder Aqua-Hobitze. Ähm, gleich mal das Shiny-Bild. Otaro, ja. Hat hier so eine hellblaue Färbung, es wirkt alles ein bisschen heller, ein bisschen matter. Ist jetzt nicht so heftig, aber man erkennt trotzdem einen Unterschied. Bei Zwotronin finde ich es auf jeden Fall richtig cool. Ich finde, der sticht hervor durch seine Farbe, dieses Türkis oder was auch immer das sein soll. Sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Admurai, da weiß ich nicht, ist mir ein bisschen zu dunkel, sieht total deprimiert aus. Das arme kleine Admurai, aber Zwotronin ist auf jeden Fall ein Highlight. Ihr braucht also wieder drei Stück, wenn ihr die Familie voll haben wollt. Es ist die Day, ihr werdet sicherlich 30 Stück bekommen, mindestens. Dann könnt ihr 10 davon, 10 davon, 10 davon machen. Ähm, Sonntag, 19. September. Das ist im Prinzip fast ein ganzer Monat. Das ist der 21.8. Sonntag, nicht Samstag, Sonntag, ja. 11 bis 17 Uhr, immer noch die Corona-Zeit sozusagen. Nicht 11 bis 14 wie sonst, 11 bis 17. Habt ihr wieder volle 6 Stunden und Taro erhöht in der Wildnis. Erstmals auch als Shiny, damit das auch abgeschlossen wird. Zusätzlich wird er auch von Regen-Lock-Modulen angelockt. Habt ihr schon mal ein Regen-Modul gezündet? Muss man ja machen, um Viskogon zu entwickeln. Viskogon, Viskogora, Visk... Viskogon, Viskogos, ich... Hab einmal ein Regen-Modul, glaube ich, gezündet, das, was ich hatte. Und seitdem habe ich auch nie wieder welche gekauft oder benutzt. Weiß ich nicht, mit den Log-Modulen bin ich in letzter Zeit eher relativ sparsam, weil man ja jetzt an den Rauch gewöhnt ist, an den effektiven Rauch. 11 bis 19 Uhr kann man dann also Admurai die Ladeattacke Aqua Hobbitze beibringen. Das ist ja immer so gemacht. Früher war es, wenn der Sieday 11 bis 14 Uhr war, dass ihr eine Stunde Zeit hattet, danach noch die Attacke zu erlernen durch Entwickeln. Ihr konntet also in Ruhe fangen. Dann hattet ihr eine Stunde zum Aussortieren oder Tauschen. Schilling hat das ja auch immer gesagt. Er hat mit seinem Papa dann immer getauscht. Wenn sie noch ein gutes Lucky bekommen haben oder den Lucky Shiny durch einen Glückstausch, haben sie das dann entwickelt, dass sie dann die Event-Attacke dann auch hatten oder irgendwas. Jetzt, dadurch, dass es die doppelte Zeit ist, habt ihr auch statt einer Stunde zwei Stunden Zeit, bis 19 Uhr noch Aqua Hobbitze zu erlernen, indem ihr also aus Zvodronin ein Admurai entwickelt. Außerdem kann Admurai ab sofort die Ladeattacke Kalkklinge erlernen. Dazu weiß ich nichts. Vielleicht wisst ihr da mehr. Ist vielleicht wieder PvP relevant. Wer weiß. Glaube ich nicht, dass das jetzt eine heftige Raidattacke ist, sonst würde es sich ja jetzt keine Aqua Hobbitze holen. Obwohl die in der GBL brauchen doch wieder Aqua Hobbitze. Alter, Olaf Marx ist jetzt ein Wurm. Was ist da denn los? Dann gibt es wieder Schnappschüsse. Ihr könnt also wieder Fotos machen, was bei mir beim letzten Mal schon nicht wirklich funktioniert hat. Ich habe bei Evoli Fotos gemacht und habe keins bekommen. Dann habe ich bei irgendwas anderen Fotos gemacht, habe auch nichts bekommen. Vielleicht habe ich auch noch nicht drauf geachtet. Keine Ahnung. Ah, ich weiß es nicht. Mir kam das ein bisschen buggy vor. Das ist mir schon mal passiert. Da ist auch wieder, vielleicht hatte das auch wieder andere Gründe. Habe ich keinen Film drin gehabt. Konnte ich keine Fotos machen. So ungefähr. Im Shop wird es wieder eine Box geben, die ich mir noch nie gekauft habe. Weil für mich ist die viel zu teuer. Das sind 12,80 Euro für eine Top-Sofort-TM. Da lieber ein bisschen GBL spielen und die Top-Sofort-TM da rausholen. Klar, es gibt noch Hyperbälle, aber die sind eigentlich gar nichts wert. Fünf Glücks-Eier. Kann man sich auch acht Glücks-Eier aus dem Shop holen für fünf Euro. Und fünf Regen-Lock-Module, aber die nutze ich ja eh momentan nicht. An Pokestops oder aus Geschenken erhält man wieder Otaro-Sticker. Da freuen sich ja die meisten drauf, immer die heftigen Otaro-Sticker dazu bekommen. Kann man aber auch im Shop kaufen. Wer gibt sein Geld für Sticker aus? Ich weiß es nicht. Habt ihr schon mal Sticker gekauft? Wie üblich gibt es auch die 99-Cent-Forschung. Diesmal unter dem Namen von Muschel zu Langschwert. Ich habe mir bisher jede 99-Cent-Forschung gekauft. Werde ich auch weiterhin immer machen. Gibt es trotzdem immer coole Items für 99-Cent. Das ist erschwinglicher. Und habt einfach diese kleine Forschung dabei. Wo ihr dann auch immer jede Evolution davon direkt als Encounter hingestellt bekommt. Am Ende kriegt ihr meistens dann auch das fertige Entwickl. Ihr könnt direkt ein Atmo reinfangen. Auf Level 15 oder so. Finde ich eigentlich ganz nett. Deswegen nehme ich die natürlich immer mit. Nehmt ihr auch die 99-Cent-Forschung mit. Schreibt es rein. Am Ende gibt es ja auch ein Regen-Modul. Seht ihr, könnt ihr da MC Day direkt auch anwenden. Erhält ihr dann auch 3 Stunden. Statt der halben Stunde wie normal. Und besonderer Bonus diesmal auch. Neben 3 Stunden Rauch und 3 Stunden Log-Modul. Die 3-fache Menge an Fang-EP. Das ist natürlich auch eine feine Sache für die Leute, die noch Erfahrungspunkte brauchen. Bisschen leveln müssen und so weiter. 3-fach Fang-Staub ist eigentlich das Maß aller Dinge. Diesmal haben wir die 3-fach Fang-EP wieder. Nimmt man mit. Kann man sich eigentlich nicht beschweren. Also ich weiß jetzt nicht, wie nützlich Admo-Rei sein wird. Ich glaube trotzdem, als gerade für GBL ist Sumpex wohl immer noch irgendwie interessanter. Mit seiner Typen-Kombination und seinen Moves. Und gerade auch wegen den Mega-Entwicklungen bei Tourtalk und auch eben Sumpex sind die auch für Raids irgendwie interessanter. Also ich dachte immer, wenn ein Starter der nächsten Generation kommt, ist der sowieso immer besser als der Starter aus der Generation davor. Muss aber nicht sein. Ihr könnt immer sagen, wie ist euer Verhältnis zu Admo-Rei. Mögt ihr den, mögt ihr den nicht? Oder findet ihr einen anderen Starter, Wasser-Starter cooler? Ich glaube, bei mir ist immer noch jetzt das Liebling Sumpex. Mit Robi fand ich zwar mega hässlich, aber Sumpex ist schon einfach ein cooler Dude. Mit Sumpex damals haben wir immer Heatran-Duo-Raids gemacht, weil ich denen immer Boden-Moves gegeben hatte. Bevor er seinen C-Day und alles hatte. Ne, auch beim C-Day habe ich gesagt, ich möchte nur Erdbeben. Ich mache da Boden-Moves. Wir machen Duo-Raids. Deswegen Sumpex habe ich schon so oft benutzt. Admo-Rei. Da habe ich schon ewig in meinem Beutel liegen ohne irgendwas. Und ich glaube, das wird der C-Day auch nicht wirklich ändern. Aber vielleicht habt ihr ein Herz für Admo-Rei. Schreibt es mal rein. Wo ist es gerankt unter euren Top-Wasser-Starter? Bei mir glaube ich ganz hinten. Und ich würde sagen, das war es jetzt von meiner Seite aus. Ich muss mich noch kurz zurecht machen. Ein bisschen schminken, bevor der Stream losgeht. Rates für Zuschauer. Ihr wisst also Bescheid. 19. September. Schreibt es euch in den Kalender. Otaro-C-Day. Und wir sind alle gespannt, was danach kommt. Denn die drei Starter sind durch. Es ist Zeit wieder für was Krasses. Für was richtig Krasses. Milzer-C-Day incoming. Ich sage es euch. Irgendwann wird es auch noch kommen. Und dann hat das Pokémon keinen Wert mehr, sagen die anderen. Die Nächsten sagen Quatsch. Das hat immer noch Wert. Aber jetzt ist es einfach noch cooler. Und XL-Bomb-Boms. Und 100er. Und Shiny. Und Entwicklung. Und Bäm. Ist bisher immer noch eins der wertvollsten Pokémon mit. So vom Seltenheitsgrad her. Und da ein C-Day würde natürlich alles wieder umkremmeln. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Super. Absolutely. Ich danke dir.